herzlich willkommen zurück zu lego mit kumpel und hobbit ist dir das nicht aufgefallen alle folgen haben fangen an mit zwei hobbits das versuche ich auch durchzuziehen in allen in allen folgen mal gucken ob das klappt damit jeder weiß dass das hier die dass das zu einer serie gehört zu einer ewig lang ja wenn wir erst 13 prozent haben ja vor allem wollen ja die anderen anderen lego spiele auch noch spielen das den ersten film mal beenden war ihnen etwas aus dem orkreich gefolgt oder lauerte hier eine andere noch größere gefahr geil habe ich doch das feuer übersehen dass du das dass das gab du mal hand wo ist das feuer da haben wir jetzt ausgetreten das gab es aber wirklich ich musste dir noch mal anschauen und toll welcher bin ich grüne grüner sagen wir so viel wie ein wie geht bin ich bin der weiße haarige ja 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 lass dir zeit hier alles platt machen hier können wir speichern kleiner von uns graben ich kann hier nicht rein wer kommt nochmals der in keiner der hier ist dann das konnte das fack weil hier guck mal ja dann schalten wir den gleich frei so mal gucken gleich aus versehen jemand kaputt gehauen hier werden ihr hunde hier brauchen wir den regen ja dann machen wir das mal ne du kannst dir was bauen ach so ach so na jetzt können wir diese viecher auch machen warum bin ich jetzt eigentlich links das warst du ich glaube auch geil 1 von 4 sachen haben wir gerade gesammelt keine ahnung wie komme ich denn wieder raus aus der drück doch nochmal b okay das war so einfach das war schon fast peinlich ja war ja klar ja klar aber ich muss sagen was hier denn ja hier muss irgendwas kraft und jetzt braucht man das da kann ich rein da können wir alle rein guck mal was ich in der hand habe nice langes ding fischen mach da oben halt dein ding so ich komme hoch moin moin du komm rüber mein freund komm rüber mein freund hey oh wir brauchen hammertypen ja ja den hammertypen brava iho guter sprung boah war das knapp warte mal hier ist noch was oh das war knapp ja haha aber da kommen wir nicht dran wir haben nichts zum schießen äh werfen ne zum füllen ja oder fein und boh hier brauchen wir auch wieder einen magier der sachen heilen kann ja klar ja toll hab ich immer was kaputt gemacht hier geht's weiter hier geht's weiter pass auf erstmal hier unten noch einsammeln achso wir wollen doch nicht schon wieder nur 98 prozent haben dann ich komme aber nicht mehr runter so gucken weil das level scheint gleich schon vorbei zu sein habe ich das gefühl mal guck mal wie schnell sich das jawoll ja jetzt können wir hoch gehen hä wie bist du da hoch gekommen oh 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 er hätte es noch genug gegeben ja oh shit alles geplant ja save call hä du musst da Drang schießen Du bist der mit dem Bogen. Wow. Okay, wir hätten einfach gehen können. Wo willst du hin? Ich wollte da dran eigentlich, ja. Nein, du musst da noch ein Ding abschießen. Diese dreidimensionale Sache wie verwirrt mich. Dreidimensional? Du guckst auf den Bildschirm. Ja, aber ich kann hinter den Baum gehen. Achso. Nee. Müssen wir nicht da rüberspinnen? Nee, wir müssen noch hören. Hier ist doch irgendwas, oder? Okay, das war's, nee. Nee, höher geht nicht. Ja, nee. Da oben hat das Spiel uns gesagt, wir müssen Y drücken. Ja, aber zu wem? Oh. Ich weiß es. Was denn? Aber wie komme ich mit dem da hoch? Ist doch nicht machbar. Warum denn der? Weil der hat so einen Stab, wo man sich dran festhalten kann. Ah, jetzt bin ich oben. Easy. Spiel ausgeträgt. Ja. Achso. Komm mal noch einen. Ach, der hier kann das nicht? Doch. Noch einen. E-A. Jawohl. Jetzt knickt wieder an. Welche bin ich denn jetzt? Ja, geil. Ah, der hier. Ja, easy getroffen. Das ist cool. Ja, das war's schon. Das war, das war schwer. Oh, jetzt kommt neun. Neun. Erstmal, vor sie überhaupt spawnen. Ja. Vielleicht kommt, gleich kommt Raben, äh, Raben, äh, Raben, äh, ja, ist es, Adler, oder nicht? Äh, kann, wir wollen ja keinen, keinen Spoiler, lieber. Ja, aber die Filme hat doch jeder geguckt inzwischen, oder nicht? Tja. Ja, also ich kenn jemanden, auf jeden Fall, der es noch nicht gemacht hat. Ja, toll. Ja, toll. Ja, Gandalf. Ja, und er lacht nur einmal. Ich hätte aber ein kleiner, ein, ein kleines Evo-Problem. Yo. Ich bin ja gar nicht. Ah. Ah, du bist dran. Sehr gut. Jo. B. B, 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 B. Gemastert. Hab ihn. Sehr gut, hau ihn weg. Ja, ich kann voll den Hulks-Milch machen. Alter, der aber auch. Was muss man jetzt machen? Raubhauen. Oh, oh shit, wieso bin ich denn jetzt? Die Massas. Ja. Wie im Film. Ja. Oh, er ist fast so, er leuchtet schon. Okay, das mit fast zu Ende ist, ich glaube ich gelogen gewesen eben. Ja. Aber, aber. Oh shit. Pass bloß auf, der wirft ein Stein. Kommen wir denn jetzt an den Rand? Ja, da kommt wahrscheinlich gleich. Du musst aber grad nur ein bisschen aushalten. So wie ich diese Spiele kenne. Oder? Oder müssen wir das Ding in Zurückwerf verschlagen? Jo. Ja, ich mach mal, ne? Ja. Der B. Sieht episch aus. Ja, ne? So schön im Hintergrund. Man kann hier voll Händchen farmen. LOL. Uh, episch. Was? Ja, heftig. LOL. Lappen. Richtiger 1, 30er Move. Jawohl, jetzt beginnt, jetzt geht's Krieg. Wo bin ich? Vorne rein. LOL. Nein. Oh scheiße. Geil. Was passiert? Ah, ich wollte es auch gerade machen. Warum läuft der so langsam hier? Guck mal. Ja, geil. Du bist verletzt. Du kannst einfach wechseln. Und dann kannst du einen anderen. Der läuft dann ja schneller. Oh damn. Ich reite einen Wagen. Was ist gar, gib ihm. Ich kann mich noch erinnern, dass wir ja diese Tabletten sammeln mussten. LOL. 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 Aber ich bin ja grünen, oder? Aber ich bin ja grünen, oder? Kommt sie von diesen Tafeln drauf? Also von den Tafeln, ja, aber die Hähnchen brauchten wir auch irgendwie. Oh ja, ich bin ja grünen. Oh ja, ich werde hier gerade gemanscht. Willst du mich helfen? Nee, 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 ich muss die Tafeln rücken. Ich streichel den. Nee, never mind. Ja. Richtig gestrichelt. Nee, warte, nee. Gestreichelt. Das ist ihm richtig gezeigt. Ah ja. Das sieht so richtig schachs aus. Richtig episch. Ja. Wie so ein Stück Plastik. Ja, die Hand war da drauf. Hast du gesehen? Ja. Jetzt fällt so die Perücke ab. Dann befindet sich so ihr Penner. Ah, okay. Ja, das muss doch spannend werden. Ja. Ich muss mir die Filme eigentlich auch nochmal angucken. Ja, bei mir ist das auch zu lange her. Oh, eine Errungenschaft. Das Schlimmste liegt hinter uns. Film 1 abgeschlossen. Überspringen. Überspringen. Ja, dann haben wir jetzt ja wohl oft genug gesehen. Ja. Oh, hier, guck mal, Insekten jetzt. Wir haben einen Gegenstand freigeschaltet. Von einem Paar. Das ist das, was wir haben wollten. Ja. Die Gegenstände sind kacke. Ja. Heißt das, wir können jetzt echt mit dem, mit dem Spinn, mit dem Spinnnetz, mit dem Spitterlingsnetz was Besonderes machen? Oh krass. Insektennetz, meinst du? Ja. Vielleicht können wir Insekten fangen. Ist jetzt weit hergeholt, aber. Ja, aber. Warum? Ja, ja. Ja, genau. Ich dachte. Irgendwie so, diese Leuchtkäferdinger. Ist wieder. Obwohl, das ist, ja. Schau mal mal. Ja. Wir lassen uns überraschen. Habe ich nicht gesagt, du wärst deine Last. Hä? Wieso ist er denn jetzt schon? Ich habe mich noch nie so betäuscht. Achso. Ich war gleich schon. Erstmal direkt, was, was willst du von mir, Alter? Das, was ich denke? Ja, der Sonnenaufgang. Ach, ne. Das Schlimmste liegt hinter uns, muss ich sagen. Leute, was hat der da? Als Fuß. Er ist ja so ein Stöpsel. Achso. Oha. Oh, geil. Haben sie aber gut nachgemacht, finde ich. Weil so endet der erste Film halt wirklich. Ich meine, eventuell. Ich dachte, der schläft. Ich war mir gerade gar nicht sicher. Ja, der hat ja geschlafen. Bis der Kackvogel ihn geweckt hat. Ja. Ja, genau so muss es gewesen sein. Uh, Timeskip. Ja, aber zuvor. Das ist doch Kacke. Das ist eine schöne Bar. Mit einem pinken. Darf ich mich dazu gesellen? Diese Begegnung ist kein Zufall, oder? Gandal? Nein. Ist sie nicht. Der einsame Berg bereitet mir Sorgen, Taurin. Dieser Drache ist dort schon lang genug. Früher oder später werden sich dunklere Absichten in Erivor richten. Das Schwein. Das Schwein. Kein Teufel ist schuld. Ja. Das ist ja wie gestern. Ja, wie gestern. Ja. So, dass wir hier mehr Pixel haben. Das stimmt. Deutlich mehr. Ich gucke mal gerade. Ah, schnell zu Gebieten zurückkehren, die du bereits besucht hast. Okay. Wir wollen ja erstmal, ich sag mal, ach du Scheiße. Okay, ich glaube, hier habe ich alles eingesammelt. Okay, wir können da jetzt überall hinfahren. Ich kann alles auswählen, was leuchtet. Ja, mach das mal. Ich hänge hier ab. Ne, das machen wir. Wir machen erstmal die Story, würde ich sagen. Und dann sammeln wir den Rest ein. Ergibt doch Sinn. Weil dann können die Leute, die sich die Story angucken wollen. Die Leute, die sich die Story angucken wollen, sich die Story angucken. Und der Rest, der kann dann noch bleiben und den Rest mitverfolgen, oder? Gelitten. Ja, das finde ich auch. Gelitten. Sag da ein bisschen. Aber ich konnte da fest... Ich nehme einfach den Fußweg, so. Aber hier ist, guck mal, hier ist ein Erz. Ja, da kommst du nicht hin, weil du brauchst einen Elfen, der kann klettern. Doch, ich bin da eben hing. Ich war da jetzt schon mit Gandalf eben gerade. Ja, weil Gandalf kann doch nichts machen. Ja, der kann das nicht abbauen. Na, egal. Okay, Fußweg, Fußweg. Wir gehen da lang, wo das gemeine Fußvolk langläuft. Das gemeine? Ja. Was hat es denn getan? Das ist die Kurzform von allgemein. Ja, weiß ich schon, aber... Oh, ich dachte, ich kann dich jetzt hier ein bisschen... Ja, Knowledge droppen, oder was? Ja. Ah, hier ist... Hau den Maulwurf. Bist du hier rüber?